Ich glaube, ich stehe zu all meinen Büchern, die ich lese, auch die Schund-Romane, genau. Würde ich, glaube ich, sehr viele Buchrezensionen eigentlich veröffentlichen an dem Tag oder über Bücher und Literatur schreiben oder das in Auftrag geben, das macht man dann eher so, ne? Ja. Oh, ich habe sehr viele Lieblingswörter, aber da nehme ich eins aus meinem Buch, Pelmut.